Fakten, Hintergründe, Zusammenhänge. Ideen für eine bürgerfreundliche Politik. Hier in der Blauen Runde aus Potsdam. Die Blaue Runde, der Podcast aus dem Brandenburger Landtag. Ich bin Detlef Frier und Gast im Studio zu dieser Ausgabe ist Daniel Freiherr von Lützow, der kommunalpolitische Sprecher der Fraktion. Guten Tag. Hallo Detlef. Daniel, dein ganz spezielles Thema, nämlich das Kommunale, ist einer der großen Schwerpunkte der Plenarsitzung im November hier im Brandenburger Landtag. Das Kommunale ist Thema einer aktuellen Stunde. Darüber wollen wir uns unterhalten. Wie geht es den Kommunen im Land Brandenburg aktuell? Wenn man sich Kommunen anguckt mit den ganzen Überbelastungen durch ungewollten Zuzug, auf ein Landesaufnahmeprogramm, aber auch den Bildungsnotstand anguckt, die Schulen, die gebaut werden müssen, den Rückstau an dem Bau von Kitas und ist eine Katastrophe. Es ist einfach eine Katastrophe und die Kommunen können es auch nicht mehr stemmen. Laut steht und die meine Tag, es ist wohl kurz vor zwölf. Ist das jetzt nur, sage ich mal in Anführungsstrichen, eine monetäre Katastrophe? Also ist die Katastrophe nur darin begründet, dass das Geld nicht da ist oder geht die katastrophale Wirkung noch viel weiter? Die katastrophale Wirkung ist tatsache nicht nur das Geld. Man nimmt ja mal an, Geld regelt alles, aber es ist tatsache nicht so. Wir haben einen aufgeblähten Staatsapparat bis in kleinste Ebene. Nur wenn man immer mehr Stellen schafft, muss man sich auch besetzen können adäquat. Und in vielen, vielen Kommunen und vielen Landkreisen können die Stellen nicht mehr besetzt werden und nicht, weil wir einen Fachkräftemangel haben, sondern weil wir einfach mal diesen Apparat zu weit aufgebläht haben. Aber das wäre doch eigentlich gut. Also wenn die Stellen zwar zur Verfügung stehen, aber keine Menschen, die die Stellen füllen, dann wird das Geld ja auch nicht ausgegeben und könnte in die Kommune fließen. Oder macht es mir da zu leicht? Ja, da machst du diese Tatsache zu leicht. Also ich will mal kurz ein Beispiel bringen. Wir waren jetzt auf einer Ausschussreise vom Innenausschuss in Estland und in Finnland gewesen und haben uns da mal tatsächlich einen funktionierenden Schlankenstaat angeguckt. Wenig Personal, viel Digitalisierung. Nun kann der eine oder andere sagen, Digitalisierung, meine Daten, meine Daten. Ich möchte die nicht rausgeben, aber Tatsache ist es dort so. Es basiert alles auf Freiwilligenbasis. Ich muss nicht digital arbeiten. Ich kann es. Und diese Freiwilligenbasis, der Datenschutz ist da übrigens sehr, sehr hoch, während alle Daten werden dezentral gespeichert und nicht zentral in einer Ebene. Und ich entscheide, wie viel Daten ich von mir preisgebe und kann jederzeit nachvollziehen, wer meine Daten irgendwo eingesehen hat, außer beim laufenden Verfahren. Da wäre das so, dass man das aber trotzdem im Nachhinein sehen kann. Nicht so wie in Deutschland, wo man gar nichts sieht, wo vielmehr ja noch die Digitalisierung noch nicht mal in den Kinderschuhen ist, sondern auch ein Entstehungswunsch gedanken ist. Und damit kann man viel, viel Personal einsparen, viel, viel Papier, viel, viel Geld einsparen und dieses Geld sinnvoller an die Kommunen für den Straßenbau einsetzen. Und wir sind leider im Digitalisierungsmonitor, leider auf Platz 25 und nicht auf Platz 1. Von wie vielen, die da im Monitor erfasst werden? Von Europa. Okay, das ist ganz schön weit hinten und diese Erfahrung machst du vermutlich in deiner Kommune, in deinem Kreis genauso wie ich in meiner Kommune und meinem Kreis und alle anderen Bürger in unserem Land auch. Digitalisierung ist da offensichtlich das Stichwort, um Verwaltung schnell zu machen, um Verwaltung schlank zu machen. Gib uns mal Beispiele, was kann man denn in Finnland, was kann man in Estland alles digital machen, was in Deutschland eventuell viel Geld kostet, viel Aufwand bedeutet? Also in Estland zum Beispiel ist es so, dass jeder Bürger, der dort Bürgerrechte erhält und wir haben da wenig Zuzug von Ukrainern und ist da auch nicht so erwünscht, muss man ehrlicherweise gestehen. Es ist eine homogene Bevölkerung von 1,3 Millionen Einwohnern mit einem russischsprachenden Anteil, ist einfach so, dem ihr schuldet, dass da etliche Jahre besetztes Land war. Dort ist es so, man bekommt eine Digitalkarte mit einem PIN für die offenen Sachen und ein PIN für Sachen wie Ausweisbeantragung und so weiter und so fort. Man muss sie, wie gesagt, nicht benutzen. Man kann auch, es ist eine estnische Einkaufsladenkette, die dort staatlich, wo man Ausweis beantragen kann. Die gibt es auf jedes Dorf, auf deutscher Seite. Man kann es aber auch digital machen. Ausweis beantragen kann man bei uns auch digital mittlerweile. Aber man hat trotzdem noch einiges an Rennereien immer und dort ist halt alles vor Ort. In Bibliotheken, also über Bibliotheken und über Einkaufsladenketten ihr Riegel, da sind die Ämter nicht mehr. Es gibt keine Bürgerämter. Man wird dort beraten in der Bibliothek oder im Einkaufsladen, im Superladen. Die Leute sind die Schuld, die wissen, was sie zu machen haben und man ist vor Ort. Man spart sich also praktisch diese ganzen Zwischenangestellten im öffentlichen Dienst ein, die ja auch eine Menge Geld kosten. Beispiel meine Gemeinde. Wir geben jedes Jahr, sagen und schreiben, 21 bis 23 Millionen Euro für unsere kommunalen Anstetten aus. An Lohnkosten. 21 bis 23 Millionen Euro. Was könnte man dort an Kitas bauen? Eine Kita kostet ungefähr 4,5 bis 5 Millionen Euro. Wenn man vernünftigen Baukratzen war. Und dann muss man sich einfach auch die Zunge zerreden lassen. Gut, man kann nicht alle einsparen. Das wird nicht funktionieren, aber man kann viele, viele Posten einsparen und damit viele, viele Arbeitskräfte wieder freimachen für andere Jobs, wo sie fehlen. Und ja, also ich finde die Idee nicht schlecht. Wir können viel von Finnland, aber wir können auch viel von Estland lernen. Gerade bei der Digitalisierung anwendet, weil das ist das Zauberwort. Digitalisierung heißt, weniger Geld ausgeben für die gleichen Leistungen, die man bekommt, schneller bekommt, adäquater, ohne Wartezeiten bekommt, die man vom heimischen Sofa aus machen kann. Ja, und die Daten sind tatsache sicher. Wir haben uns das halt angeguckt in den Ministerien jeweils. Und ja, auch Datensicherheit ist dort wesentlich größer geschrieben als bei uns. Nun versucht es Deutschland ja nicht erst seit gestern mit der Digitalisierung. Bundesregierung, nach Bundesregierung, nach Bundesregierung und auch die Landesregierung rufen immer wieder das Stichwort Digitalisierung auf. Es gibt Digitalisierungsbeauftragte, Digitalisierungsminister und wir sind immer noch mehr oder weniger, du hast es selber gesagt, mit Platz 25 digitales Schlusslicht fast in Europa. Wäre es noch schlechter als wir? Oh, das habe ich mir jetzt nicht angeguckt, weil das wäre schon trauerspieler genug, wo ich suchen musste, wo wir stehen. Okay, also wir sind nach wie vor ganz unten in der Abstiegszone, was die Digitalisierung angeht. Was kann man machen? Das sind immer nur Worthülsen. Die Digitalisierung wird vorangetrieben, aber es passiert nicht wirklich was. Was müsste denn eine Regierung, die sagt, wir können tatsächlich die Arbeitskräfte vernünftiger einsetzen, wir können das Geld vernünftiger einsetzen. Was könnte eine Regierung eventuell auch mit der AfD, gerade im Land Brandenburg, besser machen, um die Digitalisierung wirklich voranzutreiben? Von der Worthülse, sage ich jetzt mal, zum wirklichen Konzept. Also man muss sich einfach mal angucken, in beiden Ländern ist es so, dass die Digitalfunkanbieter, also sprich die Handyanbieter, wie Vodafone oder wie sie auch immer heißen, dazu verpflichtet sind, die Netze in Ordnung zu halten und zwar per Gesetz auch dazu verpflichtet sind, dass es immer stabil bleibt. Dementsprechend müssen die das halt ausbauen. Und das ist die Tatsache so, hat auch was mit dem Sicherheitsfaktor zu tun. Beide Länder rennen da an Russland, beide sind schon mal russisch besetzt gewesen, Teile zumindest. Da hat man halt Angst, dass auch jederzeit jeder Polizist am Paipossee, das ist ja dieser große See, der Russland von Island trennt, im Durchmesser 50 Kilometer, dass man dort auch jederzeit überall Empfang hat. Ich habe bei der Reise auf der Ostsee, mitten auf der Ostsee, bei der Überfahrt mit der Fähre nach Heisenky, telefoniert und glasklar und Empfang gehabt. Komm ich hier zu Hause raus in Brandenburg, ja, fahre ich von einem Funkloch ins andere oder andersrum, ich fahre von einem Netz ins andere rein und da fängt es schon mal an mit Digitalisierung. Wenn ich ein stabiles Funknetz habe, dann kann ich auch stabil über das Internet arbeiten, über die Tings und dort ist in beiden Ländern, ist das WLAN komplett kostenlos. Nicht so wie bei uns, wo wir es hier anbieten müssen, den billigsten Anbieter raussuchen müssen, das ist kostenlos und stabil auf 5 und 6G. Ja, und das muss man sich mal vorstellen. Also das ist eine ganz andere Geschichte und auf den Dörfern, wo keine Funkmasten gebaut werden können, haben sie Breitband ausgebaut. Auch auf Kosten der Mobilfunkanbieter, ja, aber das WLAN, also sprich, das Internet ist dort kostenlos in beiden Ländern. Und so ist Digitalisierung der richtige Weg. Da sind wir hier noch weit von entfernt. Ist das schon so eine Art kleines Wahlkampfversprechen von Daniel Freier von Lützow? Könnte sich unser Brandenburg in eine solche Richtung bewegen, den Ausweis in jedem Dorf beim Edeka beantragen und tatsächlich immer wirklich guten Mobilfunkempfang haben? Kann die AfD das schaffen? Na, Wahlkampfthema würde ich es nicht nennen. Es ist ein Zukunftsausblick, wo man hingehen müsste. Gucken wir uns unsere brandenburgischen Dörfer an, unsere Kommunen an. Wir haben ja kaum noch Einkaufsläden auf den Dörfern. Ja, wenn es mal ein Edeka oder alle zwei, drei Dörfer wohl sich dann auch lohnt. Und das ist das Problem an der Sache, was wir haben. Das sah jetzt in Finnland, sah in Estland tatsächlich anders aus. Das sah anders aus. Da hat man auch den kleinen Dörfern die Versorgungsmöglichkeiten. Warum ist das so? Weil der Staat dafür sorgt. Der Staat gibt in beiden Ländern von den einnehmenden Steuern, man muss sich vorstellen, Estland hat 16 Milliarden Budget im Jahr. 16 Milliarden. Brandenburg liegt ungefähr auf der gleichen Höhe. Wollte ich gerade sagen, das ist ungefähr das, was wir so in Brandenburg haben. Ja, aber dort geht die Geldhatsache, wird refinanziert für die Bürger und nicht für irgendwelchen Staatsapparat aus jedem, der hier, wir haben es ja gerade von einer Pressekonferenz gehört, was hier mittlerweile an Stellen geschaffen wird und gemacht wird. Ja, es ist unnötig, ständig irgendwelche abgehalbten Politiker irgendwo noch im Staat unterzubringen. Das muss man nicht machen, nur weil man halt als Partei nicht wieder gewählt wird, sondern Tatsache, die Leute sollen in die Wirtschaft zurückgehen, dann fehlen uns auch die Fachkräfte nicht. Wenn ich mir alleine angucke, im letzten Jahr hat die Bundesrepublik Deutschland 600.000 Stellen geschaffen. 600.000 Stellen, welcher Konzern kann das? Keiner. Ja, aber irgendwo muss das Geld auch erwirtschaftet werden. Und wenn der Bürger das Geld nicht wiederbekommt in Form von, wie in Finnland, von kostenloser Bildung für die Kinder, kostenloses Schulessen, ab der achten Klasse gibt es für jeden Schüler einen Laptop, da wird nur noch digital erarbeitet. Ja, und die Schüler von Anfang an wissen, wie es funktioniert. Und da muss man nicht die Eltern losziehen und für 1.300 Euro noch ein iPad kaufen. Nein, dort kriegen die direkt von der Schule. Jeder Schüler für den Überbrauch. Und wenn sie dann studieren gehen, gibt es nochmal einen Laptop dazu. Ja, also das macht nicht schlecht. Die geben ihren Bürgern halt wieder. Aber um, jetzt kommt der Unklärschluss, um das nicht ganz wegkommt von den Büchern, gibt es auch überall große Bibliotheken, die so und so viel Bevölkerung erreichen sollen, ist in England genauso. Die haben Bevölkerungsschlüsse. Bei uns sind eine Großbibliothek in der 30.000 Einwohnergemeinde. Man hat zwei geschlossen. Dort ist es so, dass pro 5.000 Einwohner eine Bibliothek vorgehalten werden muss. Und das ist schon mal eine ganz andere Nummer. Und in dieser Bibliothek kann man dann übrigens auch, wenn man keinen eigenen Computer besitzt, alle Sachen digital erledigen. Also wir lernen in dieser blauen Runde in Ländern wie Estland oder in Finnland, da wird Geld tatsächlich eingespart und in die Bürger wieder investiert, in die digitale auch Infrastruktur wieder investiert. Im Gegensatz dazu in Deutschland und in Brandenburg wird die Verwaltung immer weiter aufgebläht mit 600.000 Stellen, die in Deutschland in der öffentlichen Verwaltung geschaffen worden sind in den vergangenen zehn Jahren. Eine irrsinnige Zahl. Ein irrsinniger aufwuchs. Die Leute könnten auch woanders arbeiten, wenn der Staat, wenn die Verwaltung digitalisiert wäre. Dann würdet ihr die Leute nicht vor die Tür setzen wollen, sondern ihr würdet dafür sorgen, dass diese Fachkräfte dann vernünftige andere Posten bekommen. Richtig, Detlef. Und dort ist es ja auch so, in beiden Ländern ist es so, wenn du dort als Firma ansässig bist. In Finnland zum Beispiel gibt es so eine Art freie Heifelsorge. Dort gibt es, wie sagt man, Mindestkrankenversicherung, die der Staat bezahlt. Jeder Bürger ist dort krankenversichert. Das heißt, man hat schon mal diese Kosten gar nicht. Viele finden, 80 Prozent der Finnen nutzen das aber dann so, dass eine freiwillige Zusatzversicherung, wie bei uns heißen würde, dann genommen wird. Und da ist es aber nicht der Bürger, der die bezahlt, sondern die Firma. Die Firmen zahlen die. Freiwillige Zusatzversicherung, Krankenversicherung. Also dort werden die Firmen in den Regress genommen, die dort ansässig sind und die machen es auch. Wie Nokia zum Beispiel. Die sind ja auch da oben ganz groß. Das ist genauso mit dem Baugesetz. Der Baugesetz ist verankert, Bevölkerungsschutz, Zivilschutzbunker zu bauen. Wenn du einen Wohnblock baust, bist du verpflichtet, einen Bunker runterzubauen, also einen Bevölkerungsschutzbunker und diesen Auto zu betreiben. Also die Unterhaltskosten zu zahlen. Das wird auf die Vermieter umgelegt und nicht auf die Mieter, die ja so schon alle Kosten tragen. Wobei in Estland kaum Mieter gibt. In Estland wurde 1992, 1993, als die Russen abbezogen sind. Alles, was an Wohnen war, an die jeweiligen Wohnungsinhaber, die gerade dort gewohnt haben, als Eigentum übertragen. Das ist ein guter Deal. Da kann man nicht drüber meckern. Ja, das klingt sehr kommunistisch. Würde hier nicht funktionieren. Aber es gibt Ansätze oder viele, viele ausgeführte Ansätze, die dort in den beiden Ländern sind, die wir gerne übernehmen könnten, um hier mal ein Stück weit voranzukommen. Um vielleicht eventuell irgendwann auch unser Land wieder attraktiv für die Wirtschaft zu machen. Auch Digitalisierung ist eine Attraktivität für den Wirtschaftsland. Die haben wir ja aber nicht. Und genau das Gleiche ist, da kann man auch ganz, ganz viele Sachen sparen. Stromkosten und so weiter und so fort. Kann man auch lernen. Polen macht ja zum Beispiel kleine 1 Megawatt Atomkraftwerke, die in den kleinen Ortschaften hinstellen. Die sind sehr sicher mittlerweile. Und die produzieren sehr günstig Strom. In vielen Ländern heizt man übrigens auch mit Strom. Was bei uns völlig undenkbar wäre, weil das könnte gar kein Mensch mehr bezahlen. Und wir können von Europa viel lernen. Aber das sollte nicht die Frage der Migration sein, die wir lernen von einigen Ländern, sondern tatsache mal die Frage, wie kommen wir weiter? Wie können wir tatsache bei der Überalterung unserer Bevölkerung Kosten einsparen und vielleicht auch wieder Fachkräfte aus eigenen Leuten, die wir überall in den Staat einsetzen und sehr hoch bezahlt, sehr früh in Pension schicken. Also wenn ich mir das so anhöre, was du da mitgebracht hast, aus Finnland und aus Estland, dann müsste man Brandenburg einmal kräftig schütteln und tatsächlich ganz auf den Kopf stellen, oder? Dafür sind wir ja angetreten, was anders zu machen wie die anderen. Sagt Daniel Freiherr von Lützow. Daniel, herzlichen Dank dafür. Vielen Dank, Lützow. Und gutes Gelingen beim Auf-Kopf-Stellen unseres Landes. Auf die Füße stellen, nicht auf den Kopf stellen, Detlef. Auf die Füße wieder zurückstellen. Okay, einmal schütteln, auf den Kopf stellen und dann wieder zurück auf die Füße. So machen wir das. So machen wir das. Und das war die blaue Runde. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Tschüss. Klartext aus dem Landtag. Die blaue Runde. Der Politik-Podcast aus Potsdam.